Hallo und herzlich willkommen bei Hause 1000 Uhren TV. Mein Name ist Rosa und heute sprechen wir über den Thema Special Moments. Im Leben gibt es viele schöne Momente und einer der schönsten ist, wenn man sich zum ersten Mal verliebt. Denn jeder von euch kann sich bestimmt an seinen ersten Liebeskuss erinnern. Da bin ich mir sicher. Liebe ist wichtig im Leben. All you need is love, wie dieses Lied sagt. Denn über Liebe gibt es Lieder, Romane, Filme und natürlich auch Kuckucksohren. Kuckucksohren genauso wie diese hier. Schauen wir mal die erste Kuckucksohr. Hier ist ein schönes Schwarzwaldhaus mit seinem Wasserrad und zwei Kinder umarmen sich. Eine süße Katze sitzt im Wagen. Beiden geben sich erst dann einen harmlosen Kuss, erst wenn die Musik spielt. Spielen wir mal die Musik. Das war die erste Melodie. Und jetzt spielen wir mal die zweite. Und das war unsere harmlose Kinderliebe. Und wie man sieht, diese Uhr ist mechanisch und mit drei Gewichten, weil die auch Musik hat. So, nach der harmlosen Kinderliebe gehen wir jetzt zu der zweiten Kuckucksohr. Hier sitzt ein junges Paar und beide schauen sich verliebt an. Sie ist glücklich, weil sie einen schönen Blumenstrauß von ihm bekommen hat. Diese Uhr hat auch viele Details. Man sieht hier an den Fenstern, die Fenster sind mit Herzen bemalt und unten ist eine geschnitzte Blume, die Rose, die Blume der Liebe. Und beide geben sich auch dann einen Kuss, erst wenn die Musik spielt. Spielen wir mal die Musik. Spielen wir mal die Musik. Spielen wir mal dieettung. und das war unsere erste liebe wie man sieht diese uhr ist ein bisschen anders als die andere dies mit batterie betrieben und die gewichte also sind nicht zum aufziehen sind nur deko diese uhr hat zwölf melodien und auch einen licht sensor und nach der ersten liebe gehen wir jetzt zu der letzten kuckucksuhr wie man sieht hier ist ein schönes schwarzwaldhaus und hat auch also die fenster sind auch mit herzen dekoriert hier sitzt ein älteres paar und beide teilen sich gemeinsame momente denn wahre liebe ist die die nach jahren über dauert diese uhr wie man sieht ist auch mechanisch mit zwei gewichten also weil die keine musik hat und mit wochenwerk aber einen kuckuck hat sie schauen wir mal den kuckuck und das waren unsere special moments von heute aber ich habe euch noch was mitgebracht diese schöne figuren von willow trees die für mich die liebe repräsentieren sie hat einen schönen blumenstrauß und her hat ihr herz gewonnen und danke für alles das waren unsere uhren ich hoffe dass es euch gefallen hat und alle diese und mehrere findet ihr in unserem online shop bitte einen like geben wenn es euch gefallen hat viel liebe für alle y mucho amor para todos gracias abonniere ich